Immer noch hier im letzten Tempel, wo wir das Triforce finden werden. Im letzten Part haben wir uns hier schon ein bisschen umgeguckt und ein bisschen rumgeschoben hier mit allen möglichen Dingen. Und jetzt haben wir anscheinend den richtigen Weg gefunden, um... Totenköpfe... Nein. Gut, um weiter voranzukommen. Ich find's ja schön, dass, ähm... Wenn wir wenigstens mal die ganzen... Oh, nicht cool. Oh, scheiß Käfer. Blöde, olle Käfer. Zwischstück, oder? Okay, pass mal auf. Na, was? Einmal getroffen? Na, zwei Käfer platt machen. Gut, Leute, das wird jetzt den Part ein bisschen in die Länge ziehen, aber es ist ja nicht schlimm, oder? Bäm. So, wo kommt er? Gut, okay. Gut, okay, okay. Schnell umdrehen. Ja, zack. So, der erste ist tot. Den hab ich verarscht, war ja. Ja, ja. Okay, der darf jetzt aber... Der darf jetzt hier nicht verarschen. So, zack. Okay, okay, okay. Boah, wie ob ich verarschen will? So, okay, läuft mal hier vorbei? Ja, bäm. Zweites Mal. So, ein. Kommt da hier lang, wo wir dahin? Wo dahin der Spinner? Wuh. Wuh. Käfer. Nein. Verdammt. Ich muss ihn abfangen. Huhu. Verdammt nochmal. Ja, bäm. Und da ist der zweite Daun. Voll eklig zersplasht. So. Und die Mucke hört auf. Gut, Leute. Mann, ey, wie viele Räume brauchen wir eigentlich noch? Ähm, ein, zwei, drei, vier, vier Räume. Also, die Hälfte der acht vorhandenen Räume haben wir jetzt erkundet. Gehe ich mal von aus. Laut Karte sieht es jedenfalls so aus. Ah, hier sind wieder die schönen Blöcke hier. Und wo kann ich jetzt hier die Abkürzung erstellen? Hier. Höpp. So, Abkürzung. Gut, das ist echt immer eine Wohltat. So, also lass mal gucken hier. Wenn da die drei Triforce-Teile sind, ja, und wir uns jetzt gerade... Moment, ich muss gucken, wo wir uns befinden. Wir befinden uns im unteren Raum. Also vielleicht sollte ich doch erstmal... Vor allem... Ja, hier ist sowieso eine Schlüsseltür irgendwie. Ich sollte vielleicht doch erstmal nach oben einfach gehen und mir erstmal die Truhe holen. Und dann, glaube ich, gehe ich nochmal zurück. So, halt. Nicht. Wo geht's hier lang? Ja, okay. Ha! Erstmal gucken, was in der Truhe drin ist. Ich denke mal, der kleine Schlüssel für die Schlüsseltür. Boom. So. Ach, du Scheiße. Wer ist... Das ist doch der, der, der... Der... Der Roboterknilch. Bleib stehen, du Sack! So. Ha! So. Dich. Steche ich. Tot, Mann. Alter. Einfach. Dich hin einfach weggestochen hab. Hey, du Sack. Arsch. Oh, ja, wieder ganz hinten. So. Na. Verweh, du Sack. Ich stech dich einfach in den Abgrund, Mann. So. Ich stech die ganze Zeit, bloß. Das Stechen hilft übelst. Aber es gibt schon ein ganz komischer König, ey. Womit so eine Krone... Was sei das denn jetzt auch? Abgeblockt. So. Und... Sack. Tschüss, Mann. Und da... Einfach mal so ein Zwischenboss eingebaut. Okay. Aber meine Taktik war das... Oh, das war ein Klacks. Hihi. Hohoho. Okay, ich höre schon auf. Ist hier irgendwo anders so lang? Oder ist das hier halt bloß Deko? Alles bloß Deko, okay. Ja. Wow. So, hier haben wir die Truhe. Geil. Und kleiner Schlüssel? Tschu... Oh mein Gott. Was ist es nur? Es ist der kleine Schlüssel. So, jetzt hätte ich eigentlich Bock, wieder zurück in den vorherigen Raum zu gehen. Es würde sogar gehen. Weil... Wäre ich jetzt... Wäre ich jetzt noch... Hä? Obwohl, wenn ich jetzt noch oben gehe, habe ich vielleicht einen Triforce-Teil gleich. Okay. Na dann, 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 dann. Mal gucken, war... So, hier haben wir auch wieder so einen Umswitcher für die Räume. Ist mir erstmal egal. Hier irgendwo ist ein Triforce. Wo ist wo? Ach nee, wo bin ich denn jetzt? Ach so. Ach so, nee. Das ist ja doof. Nee, zurück in den Anfangsraum will ich ja nicht. Gut, da denke ich... Drehe ich nicht hier. Nee, ich gehe erstmal nach unten, drehe unten. Das ist bestimmt bloß eine Verwirrungstaktik hier. Ja, okay, gut. Alles klar. Ja, wenn man immer schön die Karte studiert und so, kann man sich nicht verlaufen und bessere Taktiken erschlüsseln. So, apropos Schlüssel. Den habe ich ja jetzt. Den will ich auch einsetzen können. Ich trau dich! Einfach runtergesprungen. Mensch, Link. Du bist eine Drama-Queen. Weißt du das? Drama-Baby. Drama. Ja. Aber wo scheint sie noch hinzugehen? Weil da war ein Herzen. Geht sie noch wohin? Hallo? Hallo? Nö. Gut, denn nicht. Da war da ja gerade eine Herzpflanze hier irgendwo. Da, zum Beispiel. Wo kann ich mich hier reinziehen? Hä? Ist egal, Mann. Sind da bloß Herzen, Mann? Ich habe genug Herzen in petto. Alter, ob es hier auch noch einen Boss gibt? Oh, oh. Ist das jetzt schon der Endboss? Die Endboss hier schon gibt? Na, ich weiß es nicht. Ich habe so Angst. Egal, mal gucken. So, also. Ja. So, so und so. Zu allererst mal. Guck mal, ob ich nicht irgendwas anderes noch hier machen kann. Nee, hier geht es doch so nicht. So, vielleicht, dass ich dann wieder so lang gehen kann. Ja, so ist es mir eine gute Wahl. Alles klar. Räume verschoben. Und dann holen wir uns jetzt erstmal, ich hoffe. Ja, okay. Aber die Tür nicht hier, oder? Nee, gut. Die Tür ist wieder offen. Ja. So, bin ich gespannt. Ob das jetzt echt so ein Dreieck ist oder wie das jetzt allgemein aussehen soll oder... Boah. Äh, Dämonen? Kluft? Hallo? Hallöchen? Hallo? Ach so. Diese unterirdische Scheiß-Tempel. Was ist jetzt los? Bitte sei... Bitte Sie, Gebieter. Da. Verrore. Dieses Wappen auf dem Boden ist das Wappen von Verrore. Ich spüre die Macht des Triforce, die davon ausgeht. Ja. Schlüsseltür. Ich habe. Ich schlage vor, durch diese Tür zu gehen und es heilige Wappen zu erreichen. Alles klar. Wo geht es hier noch lang? Na, später. Okay, warte mal. Wo würde ich denn jetzt hier... Ja, okay. Der Raum ist nicht groß. Okay. Gut. Holen wir uns unser erstes Wappen. Ach du meine Fresse. So, Leute. Jetzt nehme ich euren Tipp entgegen. Ihr habt mir schon immer wieder oft gesagt, dass ich über den Schild von den Typen rennen kann. Ist ja geil. Okay. Na, toll, Link, ey. Du bist doch ein... Rennt da erstmal daneben, ey. Okay, also. Schön gerade rennen. Link, du kannst doch gerade rennen. So. Alter, wie lange ich trotzdem brauche. Trotzdem ein Master Sword, ey. Ist ja unfassbar. So. Vorhin in den Bubble-Bauch, ey. Alter, muss ich die besiegen? Oder kann ich einfach... Okay, ich muss die platt machen. Na, guck, wäre es klar. Track 7. Track. Geil. Danke für den Tipp, Leute. So. Der ist auch tot. Und zeigt uns seinen geilen Double-Hintern. So. Das war's. Die Dumm, die Dumm. Ja, wir kommen geil voran, ey. So geil. Gleich mal das erste Triforce-Teil. Das erste Wappel. Der wurde hier an die Wand gekettet. Hä? Na. Na, okay, Leute, was ihr könnt, kann ich auch. So. Wo haben wir denn hier, Freunde? Da ist einer. Kann ich hier durchschießen? Nee. Okay. Er kann nicht durchschießen, also kann ich auch nicht durchschießen. So, okay. Zack. Tot. Tot. Der ist richtig tot. Und du bist auch tot. Voll in den Augen da drinne. So. Schnell. Ah, Skelette ohne. Alter, da hieß ja so richtig was los, ey. So. So, komm her. So. Tot. Tot, der Typ. Öh, einfach explodiert. Hey, warum? Ach, meine Ohren haben geholfen. So. Warum explodieren jetzt einfach? Ich dachte, ich brauche noch eine volle Bombe. Ach, schon wieder auf Wasser wechselt. So, okay, ja, ja, ja. Stopp. Und voll das Hüschen. Ah, voll in die Schlüpper. So, und auch tot. Das war's. Netter Versuch hier, Leute, hier das Triforce von mir zu beschützen, aber es hat nicht geklappt, oder? Hat's geklappt? Nein, hat es nicht. Ne. So, ach du meine Güte, was ist denn jetzt hier noch für ein Typ, ey? Oh, Mann, ey. Ach, das ist wieder so ein großer, das ist wieder so ein Tenjin Han. Jupp, Tenjin Han. Bin mal ganz leicht platt mit meinem Schild. Das ist nicht geil, kommt aufgesetzt. Okay, pass auf, Tenjin Han. Ich mach mal Platz hier. Mann. Ähm, ähm. Firmeltwist. Autsch. Okay, los. Ja. Mann. Verdammt nochmal. Sobald er ausholt, dann... Mann, Leute, was wollt ihr denn? Schliess! Trippen. Willst du überhaupt jemanden drum? Autsch. Oh, schliess! Er wechselt zu oft. Oh, nicht den Megaschlag. Oh, Schlitz! Toll, jetzt muss ich wieder... Muss ich hier... Ah! Oh. Jetzt konzentriert mich hier wieder viel zu doll. Ach, dieser arre Typ, ey. Kann ich irgendwas machen mit Pfeilen? Ups. Nicht den Knopf wieder glachen. Ne. Och, Mensch! Ey. Immer diese... Das ist doch scheiße. Diese scheiß Steuerung immer. Nur dahin schlagen, wo er sich fast hat. So. Herz. Na, komm. Ja. Oh, ich will ihn dazu bringen, dass er ausholt, dass ich ihn ablocken kann. Ach, Mann, ey. Ich schlag einfach so zu. Geht doch, Mann. Der kann ja schon wieder blocken. Ha! Ja. Ach, Mensch, ey. Oh, Tenshinhan ist wieder da. Ja. Ach. Jawohl. Meine Güte, ey. Okay, der war noch eine ganz schön harte Nuss, ey. Der hat mir extrem viel Herzen abgezogen. Oh, er hat eine Fee fallen lassen. Puh. Eine Fee, komm her. So, wunderschön. So, jetzt muss ich gleich nochmal die Zeit hier nutzen, um Herzen hier einzusammeln von den Totenköpfen. Die beiden, die hier rumliegen. Alles klar. So, nochmal passiert mir das nicht. Wer soll hier noch kommen? Aber wenn jedes Trifor so mega fett bewacht ist, ja, das wäre übel. So, okay. Pfei. Alles klar. Gib wieder. Ich habe dir etwas zu berichten. Du hast das Wappen erreicht. Stoße dein Schwert in das Wappen und du wirst zum Trifor geführt. Alter, was? Was heißt denn jetzt noch? Jetzt nochmal irgendwie... Was kommt denn jetzt noch? Leute, was kommt jetzt noch? Ich bin gespannt. Ha! Es wird schon mal mit in der megagroße fette Oberraum oder nicht? Ich hoffe nicht. Komm, einfach einsammeln. Ach, du Scheiße. Wo bin ich jetzt? Tatsächlich. Oh! Es ist wirklich ein Dreieck. Geil. Geil, geil. Ganz majestätisch. Yeah! Du hast das Trifor des Mutes erhalten. Diese Macht wurde einst den Menschen von den Göttern geschenkt. Sammel die drei Artefakte und dir wird die unendliche Kraft geschenkt. Die dir jedoch noch so... Die dir jeden noch so großen Wunsch gewährt. Geil. Sammel zwei weitere Artefakte, um das Trifor zu vervollständigen. Ich bin ganz aufgeregt. Ich kann gar nicht richtig lesen, ey. Ich stotter hier vor mir hin und stammel vor mich hin. Geil. So. Ein Triforsteil haben wir. Was heißt das jetzt für mich? Jetzt gehe ich, glaube ich, noch... Ja, wie schiebe ich denn jetzt das Puzzle? Ich könnte jetzt hier oben hingehen. Warte mal, dann kann ich alles verschieben. Wenn ich hier oben verschiebe, muss irgendwas hier nach unten gehen. Und das geht nicht. Die Triforsteile hier kann ich nur immer von der Seite begutachten. Das ist schlecht. Wenn ich... Das ist sehr schlecht. Verdammt. Leute, ich glaube, ich muss noch mal zurück. Aber ein Triforsteil haben wir schon mal. Das ist aber schön. Das ist aber sehr schön. Warte mal, was mache ich denn jetzt? Ich gucke mir noch mal genau an. Wenn ich wirklich an dem Schiebe-Sockelblock da bin, gleich wieder Zeit, den Part zu beenden. Zudem gibt es hier auch schon Speichereulen. Boom. So. Sockelblock. Sockelblock. Hier ist er. So. Also, noch zwei Triforsteile. Ja, dann gucken wir mal. Ich bin jetzt hier unten drin. Ähm, das sieht sehr, sehr schlecht aus. Verdammt nochmal. Ob man irgendwie... Ich glaube, man kann es sogar echt so machen, dass man in jedem Raum gehen kann. Da muss ich mal gucken. So, das ist ja schon mal gut. Äh. M, M, M. So. Äh. Ne, was soll das denn? Marcel, was soll das? Ne, ähm. Oh, jetzt noch irgendwie... Ah, scheiße. Ah, verdammter Mist. Okay, wartet mal. Aber eigentlich... Äh. Ne, man kann doch bloß immer ein verschieben auf einmal. Das ist scheiße. Wenn ich jetzt... Zu dem Triforste... So, jetzt komme ich zu dem Triforste. Cool. Ähm. Kann ich noch irgendwas anderes vorbereiten? Ne. Warte mal, jetzt komme ich zum roten Triforste. So in der Art. Ähm, ja. Hier schnell durch. Okay, ganz schnell. Zack, zack. Und dann hier am Ende. Und dann gehe ich hier zurück und verschiebe hier nochmal alles. Okay. Gut, Leute. Dann sind wir so weit wieder bereit. Ähm, um im nächsten Part... Ach, wartet mal. Die Räume sind ja alle schon durch hier. Ich laufe noch schnell dahin. Ich laufe noch ganz schnell dahin. Äh. Aber ganz schnell. Ach, schön, Leute. Das Triforste's Mut ist direkt mal eingesammelt. Werden die mir eigentlich irgendwo angezeigt? Warte mal, da muss ich jetzt nochmal kurz gucken. Ähm. Irgendwo angezeigt? Alter, geil. Tatsächlich. Da, wo vorher die Steintafel war. Ähm. So, Leute, 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 ey. Wir haben bald alles durch. Wir haben bald alles. Das Spiel, ey. Das macht mich irgendwie traurig, dass es bald zu Ende ist. Aber... Nein. Ist egal. Dann gibt's auch noch einen Heldenmodus, ne? Aber den, Leute, werde ich natürlich nicht let's playen, den Heldenmodus, weil das wäre... Ja. Wie war der Heldenmodus nochmal? Man hat nur sechs Herzen und sowas, ne? Ein bisschen fies und so. Und irgendwie alles ist stärker. Naja. Ach, Mann. Natürlich. Marcel, du solltest schon aufhören, dein Inventar zu durchforsten, wenn du hier mit vollem Karacho hier lang rennst. Ach, mein Gott, ey. Ja. Tchuf. Yeah. Aber ist geil. Wirklich zum allerersten Mal sammelt man das Triforce ein. So richtig echt so. So richtig geil so. Ihr wisst schon. So, kann ich nicht hier irgendwie nochmal ein bisschen was schieben? Ich muss ja auch irgendwann noch zu dem blauen Ding hin. Äh. So. So, warte mal. Einfach mal so geschoben, ne? Weil, wenn nicht, dann... Ne, das bringt überhaupt gar nichts. Das ist... Das bringt... Bringt nothing. Gut, okay. Wo kann ich denn hier speichern? Im nächsten Raum bestimmt erst wieder. Äh. Höh. Äh. Leute, Mann. Es ist krass. Es ist so krass. Ich überziehe hier schon die ganze Zeit immer die Parts, aber ist ja egal. So, weil das ist los, Fai. Ich bin wieder, ich habe dir etwas zu berichten, Mann. Ich spüre die heilige Kraft in diesem Raum. Jaja, das Triforce-Kraft ist ja auch hier. Wo ist denn das Wappen? Die Wahrscheinlichkeit, dass du die heilige Kraft erreichst, wenn du die Lave überquerst, liegt bei 60%. Halte an deinen Willen fest und schreite voran, gib wieder. Ja, kann ich irgendwo speichern, bitte? Danke. Leute, wieder vielen Dank fürs Zuschauen und wir suchen im nächsten Part weiter. Tschüss! 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 Tschüss!